In diesem Video lernen Sie, wie in Camtasia erstellte interaktive Videos in Studon eingebunden werden können. Beachten Sie, dass interaktive Videos in Camtasia immer mit Smartplayer ausgegeben werden müssen und nicht als normale MP4-Datei. Als ersten Schritt gehen Sie zum von Camtasia der ausgegebenen Ordner, öffnen diesen, markieren alle darin befindlichen Dateien, Rechtsklick mit der Maus und wählen Senden an ZIP-Komprimierter Ordner. Achten Sie bei der Benennung der Dateien darauf, keine Umlaute, Leer- oder Sonderzeichen zu benutzen, sowie der Verwendung von Unterstrichen anstelle von Leerzeichen. Es ist äußerst wichtig, keine der anderen Dateien im Ordner umzubenennen oder zu löschen. Interaktive Camtasia-Videos können in jedes Objekt, welches über einen Seiteneditor verfügt, eingebunden werden, z.B. in einem Bereich, einem Kurs, eine Gruppe oder wie in folgendem Beispiel in einem Lernmodul Ilias. Jetzt können Sie in Ihr Lernmodul auf Studon wechseln. Navigieren Sie an die Stelle im Lernmodul, an der Sie Ihr interaktives Camtasia-Video einbinden möchten und wählen den Reiter Seite bearbeiten aus. In anderen Studon-Objekten, wie in einem Kurs, gehen Sie den Weg über Seite gestalten. Nun können Sie durch das Klicken auf das Plus-Zeichen und Auswählen von Bild, Audio, Video einfügen ein neues Medienobjekt hinzufügen. Benennen Sie dieses und wählen Sie den zuvor erstellten ZIP-Ordner aus. Unter Größe Anpassen geben Sie noch eine Breite von 480 und eine Höhe von 270 an. Leider ist es bei der Einbindung interaktiver Camtasia-Videos nicht möglich, eine Einstellung zu wählen, welche die Videogröße an jedes Endgerät automatisch anpasst. Mit den gerade eingegebenen Werten ist es aber möglich, das Video auf dem Smartphone darzustellen und bei Bedarf in den Vollbildmodus zu wechseln. Klicken Sie jetzt auf Speichern und warten bis die Meldung Medienobjekt gespeichert erscheint. Prüfen Sie anschließend, ob Ihr Video richtig eingebunden ist.